Herzlich willkommen beim Video OER Praxisbericht. In diesem Video erhalten Sie einen Einblick in die erfolgreiche Umsetzung von OER-Projekten. Sie können damit Ihre Kenntnisse zur erfolgreichen Planung und Umsetzung von OER-Projekten fördern. Erfolgreiche OER-Projekte. Davon gibt es wohl viele. Kleine, große und es werden auch immer mehr. Je mehr Erfolgsgeschichten es gibt, umso besser für OER. Dabei ist es aber auch wichtig, dass wir diese Geschichten in die Welt tragen, um weitere Personen zu überzeugen, dass OER tatsächlich mehr als nur ein Hilfsmittel für Lehrende ist. Ich möchte Ihnen eine solche Geschichte erzählen. Wir, das sind Sandra Schön und ich, hatten immer den Ansatz, dass wir nicht nur über OER reden wollen, sondern es auch tun. Im Tun lernt man. Meist durch die Fehler, die passieren, aber es geht dann doch letztendlich voran. So hatten wir 2010 die Idee oder vielleicht genauer die Notwendigkeit, ein Lehrbuch zum Technologieeinsatz im Unterricht und der Lehre zu schreiben. Also viel mehr brauchten wir es selbst und es gab kein entsprechendes Buch am Markt. Da dachten wir uns, damals noch jünger und vielleicht auch etwas naiver, wieso machen wir nicht einfach einen Call for Chapter und stellen das Buch als OER, also CC lizenziert und kostenlos, im Anschluss einfach zur Verfügung. Ich sehe uns heute noch scherzen, ob wir vielleicht eine Handvoll Leute überzeugen könnten, da mitzumachen. Wir nannten es L3T, eine Abkürzung für Lehrbuch für Lehr- und Lerntechnologien. Nun, was passierte? Auf den Call hin meldeten sich innerhalb von vier Wochen beeindruckende 120 Personen, verspreut im deutschsprachigen Raum. Also, ja, wirklich weit über 100. Und wir standen eigentlich zunächst staunend da und mussten unsere Prozesse komplett neu überdenken. Kollaboration mit so vielen Personen ist natürlich eine Herausforderung. Wir teilten Personen zu Kapiteln, versucht mit sehr genauen Anweisungen möglichst den Ablauf des Schreibprozesses zu optimieren und organisierten uns Gutachterinnen und Gutachter. Zu guter Letzt layouteten wir die Kapitel und setzten eine entsprechende Webseite auf. Und ja, wir schafften es. Pünktlich zur Learn-Tag in Karlsruhe wurde das Buch 2011 online veröffentlicht und stand auch gedruckt über eine Print-on-Demand-Technologie zur Verfügung. Danach konnten wir nochmal zuschauen, wie die Downloadzahlen in die Höhe gingen, wie sich weitere Services rund um das Buch entwickelten. So entstanden zum Beispiel auf Flickr-Bilder zur Verfügung, gab es Personen, die Präsentationen dazu machten und so weiter und so fort. Kurzum, die Kapiteln wurden verwendet. L3T wurde zum Standardwerk im Fachgebiet. Aber L3T wurde auch neu aufgelegt. 2013 wurde die zweite Auflage in Form eines verteilten Buchsprints mit noch mehr Personen erstellt, die in kürzester Zeit, in sieben Arbeitstagen, das Buch begutachteten, lektorierten, überarbeiteten und bewarben. Wir gehen also davon aus, dass wir so viele für das Vorhaben begeistern konnten, weil eben auch alle davon profitieren konnten und die Gestaltung selbst auch ungewöhnlich und ein wenig abenteuerlich war. Preise wie der Deutsche Buchpreis im Jahr 2011 oder später 2016 der OER war, das Leuchtturmprojekt, würdigten dann diesen Ansatz und heute gilt L3T als ein sehr einflussreiches oder impulsgebendes OER-Projekt, insbesondere im Hochschulbereich. Aber nicht nur L3T kann auf eine solche Erfolgsstory zurückgreifen. Auch das erste OER-Schulbuch, der sogenannte Schulbuch OMAD, ein Lehrbuch aus dem Fachgebiet der Biologie aus Berlin, hatte einen sehr spannenden Beginn. Und zwar wurde die Finanzierung über Crowdfunding realisiert. Also man fragte die Gesellschaft, ob sie es finanzieren wollte, dass im Anschluss ein komplett offenes Schulbuch zur Verfügung steht. Die Kampagne war erfolgreich und so entstand das erste OER-Schulbuch im deutschsprachigen Raum. Heute noch verfügbar, zigmal heruntergeladen und auch verwendet. OER-Projekte und auch Vorhaben sorgen aus unserer Sicht, weil sie eben Kollaborationen und Nutzungsszenarien erlauben, wie wir sie herkömmlich nicht kennen, für sehr vielfältige Innovationen. Die Idee von Booksprints oder neuartige Geschäftsmodelle sind nur zwei Beispiele davon. Wir erleben auch viel spannende Einsatz- und Nutzungsszenarien, wenn es um MOOCs, zum Beispiel auf der Plattform imoox.at geht. OER geben also Anlass, über Skalierungseffekte nachzudenken und stoßen die Bildungssysteme an, durchaus anders zu denken. Das sind nur ein paar OER-Geschichten und ich möchte damit nicht sagen, dass jeder oder jede von uns solche großen Projekte umsetzen sollte. Das ist vor allem für uns als Forschende in diesem Themenfeld eine Aufgabe. Aber eines möchten wir Ihnen jedenfalls mitgeben. Machen Sie. Setzen Sie in Ihrem Umfeld OER um. Im Tun passiert es. Und wenn es nur Ihre Folien oder auch Lehrunterlagen sind. Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. Motivieren Sie sich für die OER-Erstellung und Nutzung. Denn jede und jeder profitiert davon. Im Tun passiert es. Beginnen Sie noch heute, freie Bildungsmaterialien zu erstellen. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihre Kenntnisse zur erfolgreichen Planung und Umsetzung von OER-Projekten erweitern und wir sehen uns im nächsten OER-Video. Bis bald!